und damit herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und heute gibt es die vorfreude auf den april das heißt wir haben bereits wieder einen monat geschafft und wir starten einfach ganz ratsch fix hier mit den kinoreleases und zwar beginnen wir am 6 4 da haben wir nur ein film den ich nicht ganz uninteressant finde und zwar free fire habe ich ja bereits schon so eine kleinigkeit in meiner vorschau auf das nächste quartal gegeben free fire würde ich sehr gerne sehen am 6 4 halt der einzige release der mich so ein bisschen interessiert 13 4 da haben wir dieses mal sogar wieder drei releases die nicht ganz uninteressant sind zum allerersten mal hatten wir den achten teil von fast and the furious ich bin nicht so der große fast and the furious fan aber ich werde mir wahrscheinlich den definitiv ansehen also dazu wird auf jeden fall eine kritik kommen den werde ich definitiv nicht auslassen dann haben wir den film gold mit matthew mcconaughey in der hauptrolle sieht vom trailer her jetzt auch nicht unbedingt verkehrt aus aber ich denke es wird auch nicht der super renner film aber würde ich gerne gucken hoffe dass er definitiv in meiner nähe läuft und wozu definitiv eine kritik kommen wird ist the birth of a nation ein film der von der presse sehr hoch gelobt wurde aber von den usern also beziehungsweise hauptsächlich in amerika er doch sehr weit unten gelandet ist im db wertung glaube ich von zwischen sechs und sieben glaube ich also doch relativ schwach wurde ja eigentlich als großer oscar favorit gehandelt für 2017 nun gar nicht vertreten mal schauen einfach wie sich das ganze dort verhält machen wir weiter direkt mit dem zwanzigsten vierten da haben wir auch wieder zwei filme die nicht ganz uninteressant sind einmal the founder hier habe ich bereits schon eine kritik zugemacht das heißt wer lust hat kann sich die definitiv ansehen und dann haben wir noch den film bleed for this den will ich auch eigentlich unbedingt sehen weil ich will gucken wie etabliert er sich zwischen creed und southpaw die in den letzten jahren erschienen sind da muss man gucken was daraus wird ich denke aber mal dass bleed for this doch ein guter film auf jeden fall wird und freue mich auf jeden fall auf miles teller und dann haben wir noch den 27 vierten da haben wir nur ein termin oder ein film den man sich ganz ganz dick im kalender einstreichen sollte nämlich guardians of the galaxy volume 2 ich freue mich auf den film ich fand die trailer hammer geil ich bin gespannt ob der zweite genauso gut wird wie der erste und sollte der nicht so sein dann schauen wir einfach mal und wir machen weiter mit den blu-ray releases da beginnen wir mit dem sechsten vierten der einzige starttermin wo wir drei filme haben sonst gibt es immer nur pro tag den ich einblende immer nur ein film der einzige tag also mit drei filmen die alle drei nicht ganz uninteressant sind also ich würde mir wahrscheinlich alle drei auf blu-ray holen da haben wir jetzt allererstes die worte reisen den film muss ich definitiv noch nachholen den habe ich leider ausgelassen letztes jahr und den werde ich auf jeden fall noch nachholen dann haben wir girl on the train soll jetzt auch nicht der große renner sein hat er schlechte kritiken bekommen aber ich will den film unbedingt sehen um mir eine eigene meinung darüber zu bilden und dann haben wir noch fantastische tierwesen und wo sie zu finden sind ich bin gerade mittlerweile dabei alle harry potter teile zu gucken und deshalb werde ich mir definitiv auch fantastische tierwesen auf blu-ray holen machen wir weiter jetzt mit den einzelnen kino releases die unter anderem rauskommen am 7 vierten haben wir dann noch snowden der auf blu-ray und dvd erscheint dann haben wir am 13 vierten das morgen projekt auch ein film der gar nicht so schlecht sein soll wie ich gehört habe es ist halt immer so ein bisschen wie kommt man mit dieser story klar die ja eigentlich für mich jetzt auch nicht ganz uninteressant glaube kate mara macht unter anderem noch mit und wird noch mitgespielt ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau aber sieht nicht uninteressant aus werde ich mir wahrscheinlich auch holen dann am 14 vierten ein film von dem vielleicht keiner gehört hat nämlich the king's choice das ist ein film über den angriff auf dänemark während des zweiten weltkrieges mit jesper christensen glaube ich oder heißt er so christensen ja ich glaube so in etwa in der hauptrolle sozusagen geht es halt um den einmarsch in norwegen der deutschen und die entscheidung des königs halt zu zeiten des zweiten weltkrieges will ich mir unbedingt holen und werde ich wahrscheinlich auch eine kritik man ist halt ein film der direkt auf blu-ray und dvd erscheint machen wir weiter mit dem zwanzigsten vierten da haben wir der vajana das paradies hat einen haken auch den film will ich unbedingt nachholen weil der soll wirklich richtig gut sein werde ich auf jeden fall auf blu-ray und dvd mir holen oder beziehungsweise auf blu-ray am 21 vierten dann auch ein film der ganz ganz wenig in den deutschen kinos anlief und ich glaube auch sehr sehr viel miese gemacht hat aber als kevin spacey fan muss ich mir den natürlich auch holen nämlich elvis und nixen mit michael shannon als elvis und kevin spacey als richard nixon das aufeinandertreffen damals ich will mir den film unbedingt holen und mir den auf jeden fall angucken und wahrscheinlich gibt es dann auch noch eine kritik dazu und der letzte termin den ich ein film den ich auch unbedingt noch gucken möchte nämlich noctural animals und damit bin ich eigentlich schon durch mit meinem kurzen mit der kurzen vorschau auf den april es sind wie gesagt wenig blu-ray releases und auch nicht die vielen kino releases dieses mal aber dennoch sieht das ganz interessant aus ich bin an der stelle raus haut rein und ciao